Und hier ist das nächste gut gehütete Geheimnis, da seid ihr auch relativ spontan erst vor der Musikmesse mit rausgerückt, was denn es noch Dickes gibt und das ist das Beat Bad 2. Genau, das ist das Beat Bad 2, auch unter dem Glaskasten. Ich glaube, wir können das ausnahmsweise mal rausholen. Ja, also wie man vielleicht auf dem ersten Blick schon mal erkennt, es blinkt ziemlich viel, hat aber alles seinen Sinn. Was man da vielleicht noch zusagen muss, das hier ist das ganz neue iPad 5 mit Standbildschirm. Eingebrannten Bildschirm. Genau, hat folgenden Hintergrund, unser Softwarepartner Algeröde, wir sind ja noch in den letzten Feinheiten der Softwareintegration, wird natürlich zum Start alles super laufen, deswegen ist jetzt hier das neue iPad schon drin. Und ja, zu dem großen Funktionsumfang bietet es eigentlich alles das, was ein Controller zu bieten hat. Wir haben unsere Mixer-Einheiten, unsere großen Jogwheels, unsere neue Pad-Sektion und vielleicht gehen wir einfach mal ganz schnell grob durch. Hier unten natürlich wieder unsere Transport-Sektion, wie man es von jedem Controller kennt. Unsere Jogwheels, das ist vielleicht auch so ein bisschen heraushebend. Wir haben hier halt auch sehr viele LEDs am Laufen, die halt verschiedene Funktionen übernehmen. Zum einen ist es die Virtual Needle Position, die mir halt anzeigt, wo ist gerade meine virtuelle Nadel. Ist halt sehr einfach, dann wieder zurück zu scrollen sozusagen. Wir haben eine Gesamt-Track-Ansicht, heißt also mein Jogwheel wird halt so beleuchtet, wie es gerade im aktuellen Stand ist. Ist der Track gerade zum Beispiel immer der Hälfte, leuchtet dann der halbe Kreis. Ist es kurz vorm Ende, würde halt das Ganze leugnen. Also es ist wirklich ein sehr cooles und schnelles Feedback, was man wieder bekommt. Des Weiteren sieht man auch, dass es ein bisschen blau leuchtet zum Beispiel. Die blaue LED hat die Funktion der Loop-Unterstützung. Heißt also, wenn ein Loop an ist, leuchtet es blau. Wenn ich bestimmte Effekte an habe, leuchtet es meinetwegen violett. Also ich habe wirklich dann sofort eine sofortige Information, was gerade mit meinem Track passiert, ohne auf den Bildschirm zu schauen. Schauen wir mal weiter. Hier ist eigentlich das, was das Beatpad 2... Endlich kommst du dazu. Bin ja die ganze Zeit gespannt drauf. Jetzt drückt man nicht unter Druck hier. Wir haben jetzt hier quasi unsere Drumpads eingebaut, unsere 8 Drumpads, wie es man auch auf unseren anderen Kontrollern kennt, wie der TM8 zum Beispiel oder halt der Neon. Und diese Drumpads sind eigentlich genauso touchsensitiv, wie man es von unseren anderen Kontrollern kennt. Heißt also, ich habe hier wirklich einen super, super Druckpunkt. Ich kann meine Q-Punkte super triggern. Ich kann meine Samples wirklich auf die Millisekunde genau triggern. Multicolor, RGB beleuchtet. Heißt also, ich habe hier sofort virtuelles Feedback, in welchem Mode ich mich gerade befinde. Sie bieten übrigens auch Aftertouch für die kleinen Technics-Nerds unter euch. Heißt also, ich kann halt den Druck variieren und der Controller waddelt dieses dann halt in ein Signal um, wo ich zum Beispiel die Intensität von irgendwelchen Effekten halt per Druck steuern kann, ohne die Taste loszulassen. Zum Beispiel ein Highpass-Filter klingt wirklich sehr gut, wenn ich halt nur diesen mit dem Druck steuere. Wenn wir mal hier die Modes-Sektion uns anschauen, haben wir natürlich hier unsere Basic-Modes am Start. Hot-Cue, Auto-Loop, Sampler, Bounce-Loop. Zu der Hot-Cue-Geschichte vielleicht noch ein kleines Detail. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in der DJI-Software halt acht Cue-Punkte halt zu steuern. Vorher waren es vier auf dem alten. In der Software an sich kann man nur drei steuern. Und wir haben jetzt hier bis zu acht Cue-Punkte, die auch gecolored sind. Heißt also, jeder Cue-Punkt hat eine andere Farbe und ich kann so halt wirklich sofort unterscheiden, wo meine Cue-Punkte sitzen. Schauen wir mal weiter. Auto-Loop, selbst erklärend, kann ich hier meine festgelegten Looptien setzen. Touch-Effects hat den gleichen Funktionsumfang wie auf dem alten. Die Instant-Effect-Geschichte heißt also, ich habe hier bis zu acht Instant-Effects. Ich brauche den Effekt nicht auswählen. Ich kann sofort draufdrücken, habe sofort meinen Effekt da und die klingen wirklich sehr, sehr cool. Jock-Effects ist auch ein ziemlich cooles neues Feature. Wir haben halt die Möglichkeit, den Dry-Red und auch die Parameter-Einstellung über das Jock-Wild zu steuern. und ich kann bis zu zwei Effekte gleichzeitig pro Deck auswählen und kann diese halt modulieren mit dem Jockrail. Hier der Slicer gab es so auch noch nicht auf einem Controller, dass dieser integriert wurde. Die Slicer-Funktion gibt es aber schon in DJ, aber je noch nicht auf irgendeiner Hardware. Das heißt also, wenn ich den Slicer-Modus aktiviert habe, zerteilt der Modus mit quasi den aktuellen Track oder ab der aktuellen Position den Track halt in acht unterschiedliche Bereiche und kann halt diesen zu diesem halt hin- und herspringen. Da kann man ziemlich coole und verrückte Sachen mitmachen, also auf jeden Fall mal ausprobieren. Das Slicer-Loop ist im Prinzip genau dasselbe, da wird dieser Abschnitt aber immer wieder wiederholt. Wenn wir dann mal weiter gucken, sehen wir halt hier unsere Mixer-Einheit. Da gibt es auch eine Besonderheit. Wir sehen halt hier vier Nobs, wo man halt denkt, Gain, High, Mid und Low, aber wo ist mein Filter? Das haben wir so gelöst, dass wir quasi auf der Rückseite einen Switch haben, der halt zwischen Classic-EQ und Filter-EQ halt umswitcht. Im Classic-EQ-Modus, gehe ich mal kurz durch, hier haben wir halt dann den Gain, den High, die Mid, die Mid und die Low. Wenn ich dann halt auf Filter-EQ umschalte, habe ich hier meinen bipolaren Filter, hier meinen Low und hier meine High. Und hier natürlich mein Gain wieder. Heißt also, ich kann halt direkt wählen, was möchte ich lieber benutzen, brauche ich lieber den Filter oder brauche ich halt lieber den 3-Pass-EQ. Ich kann natürlich auch während des Betriebs halt immer umschalten, das ist je nachdem, was man gerne benutzen möchte. Zu der Oberfläche war es das eigentlich alles zu sagen. Wir haben natürlich hier unsere Aluminium-Oberfläche bei den Joggrills, unsere großen 30-Tintimeter-Pitchfader. Kommen wir mal zu der Software. Also wie schon gesagt, es wird mit DJ kompatibel. Das ist halt die Software, die halt bei der iPad-Unterstützung halt Nummer 1 ist. Und die wird halt unterstützt. Ich kann allerdings aber auch die neue DJ Pro-Version mit dem Gerät nutzen. Ist auch Plug & Play. Und das Gute an sowas ist, dass ich zum Beispiel meine Library bleibt ja dieselbe. Das ist ja meine iTunes-Library. Heißt also, ich kann halt meine Tracks oder meine Songs halt hier präparieren oder halt auf meinem Mac und das ist alles synchron. Das ist super. Des Weiteren kann ich natürlich hier auch die Spotify-Unterstützung halt einbinden, was wirklich genial ist. Heißt also, ich kann da bis zu zwei Millionen Tracks hier auf mein iPad ziehen und das auch über den Controller halt abspielen. Vielleicht schauen wir nochmal kurz auf die Rückseite. Was auch sehr erwähnt wird, ist, dass wir halt hier auch XLR-Ausgänge haben. Also ein XLR-Ausgang zeichnet uns natürlich auch einen hochqualitativen Mixer aus, was auch sehr viel gefragt wurde. Gerade bei, ich nennen sie mal jetzt Mobile-DJs oder so, die halt direkt hier in ihre dicke PA rein wollen, aber keinen Controller und keinen Laptop haben wollen, sondern nur mit dem iPad auflegen wollen. Also das ist auf jeden Fall alles an Bord. Ja, das ist eigentlich so, das Ganze, natürlich haben wir auch, das dreht sich noch nicht von alleine, das kann das gute iPad 5 noch nicht. Virtual-DJ-Unterstützung und Traktor-Mapping natürlich auch an Bord. Und das Ganze gibt es auch für Android-DJ, das ist hiermit auch kompatibel, das passende Kabel ist auch damit ausgeliefert. Heißt also, ich kann eigentlich mit jeder Plattform, mit jeder Software, kann ich dieses Gerät nutzen. Also, wenn euch die eine Software nicht gefällt, habt ihr immer noch die Möglichkeit, zu der oder zu der anderen nochmal rumzuwechseln. Ja, es ist wirklich eine super Integration. Das Ganze kommt Mitte Juni auf den Markt, ich glaube 499 soll es kosten und ja, wird natürlich dann auch im Elevator-Store ausgestellt sein. Ja, und auch bei uns exklusiv getestet, also mir gefallen schon sehr gut die Pads, die fühlen sich wirklich wahnsinnig gut an. Und die Aftertouch-Geschichte, das hört sich auch wirklich extrem spannend an, die Jog-Beals, die Beleuchtung. Wenn man jetzt den Schwenk hier mal rüber macht zu den Pads, also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, das ist echt schon gewaltig. Ja, fortschrittlich. Ja, wir hoffen, dass es gut ankommt. Es war auf jeden Fall eine Nachfrage, eine sehr große Nachfrage da, ob man das irgendwie noch die Pads optimieren könnte. Und ich denke, das ist halt das, was die Leute halt brauchen und was sie auch haben wollen, weil das Prinzip ist halt bekannt. Es ist Industriestandard und ja, es macht das Gerät wirklich richtig, richtig gut auf. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß damit auch zu arbeiten. Ja, spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass hoffentlich ein bisschen eher als Juni das schon mal für euch vorab bei uns im Vlog antesten zu dürfen. Das ist jetzt erstmal nur ein Messe-Mockup, das kommt gleich wieder in seine Vitrine. Aber bald bei uns antestbereit. Ja, Christian, vielen Dank für deine kompetente Rundführung hier. Ihr habt die Open Turntables jetzt hier gleich noch, die laufen ja bis Samstag, glaube ich. Genau. Also, falls ihr hier in Frankfurt seid, könnt ihr euch bei uns anmelden. Wir haben um vier Uhr jeden Tag haben wir halt die Open Turntables, wo ihr halt eure Qualitäten zeigen könnt am Turntables. Heißt also, ihr steht auf der Bühne und könnt da euer Showcase oder euer Routinen da zum Besten geben. Und ihr müsst euch nur vorher anmelden. Bei irgendeinem Typen, der hier rumläuft mit dem Vlog-T-Shirt, könnt ihr euch gerne anmelden. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt hier in Frankfurt oder so, wir sind immer hier. Und wir werden weiterzahlen. Wunderbar. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank.